meine sehr verehrten damen und herren es ist wieder soweit wir sind zurück in havana in assassin's creed 4 black flag schwarze flagge das spiel hat mich jetzt freundlicherweise ein bisschen woanders hingetan als dorthin wo ich war als ich das letzte mal aufgehört habe das ist bestimmt auf irgendeine art und weise nützlich ich weiß es nicht ich möchte jetzt gerne mich darum kümmern dass die story weitergeht und ich jetzt mal mit dem gouverneur der stadt rede zu diesem zweck werde ich jetzt eine einen sinnlosen umweg nehmen und mir eine truhe nehmen die quasi auf dem weg dorthin liegt niemand wird etwas dagegen haben da bin ich mir sicher edward machte ich mal hin hier doch gott so viele wachen oben auf den dächern das kann ja nur gut gehen wo ist denn das animus fragment das hier angezeigt ist dort oben auf der fahne dann holen wir uns das doch mal sehr schön ja ja ich bin doch schon weg nein ich bin doch gar nicht da schnitzel schnitzel hat keiner gesehen tschüss nein hier will ich nicht hin so das war bestimmt vollkommen war hier ist eine schriftrolle angezeigt würde mich ja auch mal interessieren was das ist aber das Jetzt werde ich ja mit der Zeit alles rauskriegen. Aussichtspunkt mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Ja, ne? Oh, und wir haben auch gleich ein Abstergo-Fragment. Aber nehmen wir uns doch erstmal... Nehmen wir uns doch erstmal den Aussichtspunkt. Beziehungsweise haben wir den nicht schon? Ach ne, der wäre ja nicht angezeigt. Das kommt mir aber gerade sehr, sehr bekannt vor. Schwupp und schwupp. Sehen wir das Fragment von hier jetzt? Ich hab's erstmal nicht erkannt. Verzeihung, ich hab nochmal auf den falschen Knopf gedrückt. Aber so ne geile 360 Grad Panoramafahrt ist auch total super. Jetzt sagt mir wahrscheinlich gleich jemand, dass das nur 270 Grad waren oder so. Ah, da unten ist das Fragment. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß grad nicht genau, wie ich den Sturz abgefangen habe, aber ich hab ihn abgefangen. Ich bin sehr stolz auf mich. So, weiter geht's. Wir als definitive nicht-Assassinen... ...bewegen uns aber schon ziemlich super-assassinartig durch die Gegend. Und weg! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Wo ist das? Was ist das? Ich habe da hinten nochmal eine Möglichkeit, einen Piraten zu befreien oder ihm zumindest zu helfen. Hier. Du hast den falschen Mann! Warum hast du mich geholfen? Bitte was? Break Defense. So zum Beispiel. Und dann ermorde Gegner. Kapitän Kenway, nur in Zeit. Ich sehe dich wieder auf dem Boot. Ich möchte mit dem Gouverneur sprechen. Guten Tag. Herr Duncan Walpole aus England, um den Gouverneur zu sehen. Ich glaube, er hat mich erwartet. Ja, Herr Walpole. Entschuldige bitte. Danke. Neue Objektiv. Wie hast du ihn? Äh... Reach the Terrace. Ja. Nichts. 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 Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Ich glaube, er könnte respektvoll sein. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Ich dachte, das ist so. Was ist Rogers? Ein Freude. Das Gleiche. Das Gleiche. Ich muss sagen, meine Frau hat ein schreckliches Eingang für die Schwierigkeiten. Ich bin entschuldigung. Ich bin entschuldigung. Meine Frau. Du kennst uns einige Jahre vorhin. Und die Perseys Masquerade-Ball. Ah. Ganz schön. Sie hat dich besonderlich hansom. Obviamente eine Liege, um meine Jealousie zu stöten. Ja. Ich mag dich total gerne. Ah. Julien Ducasse. Hallo. Ich hoffe, deine Konversion zu unserer Ordnung ist ein ehrliches. Ich habe keine Liebe für die Assassinen. Aber sogar weniger für die Lieder. Ich habe nicht zu verweilen. Gehen Sie ein bisschen Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit. Okay. Sehr schön. Das Spiel bringt mir Schießen bei. Du hast meine zwei beste Paare mit Pistolen, Duncan. So handle them with care. Wenn ich acht habe, würde ich als mein eigenes Kind behandeln. Pull off a few shots, wenn du möchtest. Get a feel for it. Hehehe. Ja? Ich lege für den Tag, wo ein Feuerwehr 4 Blöcke hat. Und nicht das Gegenteil. Ich habe einen Freund in England, den du möchtest, Julien. James Puckle. Er arbeitet an etwas extraordinarisch. Magnifique! So, laden muss ich auch noch. Es ist jetzt ein bisschen unangenehm, weil ich muss gar nicht Y drücken, um zu schießen, sondern den rechten Trigger. Das ist jetzt ein bisschen zu schießen. Duncan. Wo sind deine Blöcke? Ich habe nie einen Assassin so illiquid gesehen. Ah. Schade, schade. 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 Ich habe deine Wahl. Wo hast du all diese gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe sie. Das ist ein Souvenir. Du bist, du bist. Du bist, du bist. Du bist. Du bist, du bist. Duncan, kannst du uns mit einer Demonstration der deine Techniken? Na, äh... Wir müssen. Wir haben zusammen einen Training-Kurs in der Vorbereitung von deinem Behandlung. Es wäre ein Schade, hierher zu gehen, ohne dich zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn es Zeit gibt, würde ich glücklich, um... ...zureich, was ich weiß. Hier. Du siehst? Die Situation ist auch gut gebraucht zu deinen... ...Skills. Hühnchen! Mach mal! Eine Blöcke in einer Gruppe ist immer das einfachste. Nichts grandioses. Nur schnell und clean. Ja, klar. Zum Beispiel so. Zeig uns eine andere Technik. Eine andere Technik. Ich denke... Es ist ziemlich ingeinig, um die Hähler zu verwenden, nicht wahr? Suche als Hähnstacken können wir als... Okay, mach ich! Gott, das ist der Geist! Sechreie! Die Vorteile, dass eine Überraschung nicht überstattet werden kann, ist das nicht so? Es ist nicht so, besonders um eine blinden Körner. Gott, blinde mich! Das ist ein klösser Trick! Deine Arial-Killen haben eine poetische Schönheit. Insofern ihre conspicuösen Qualität. Würdest du uns zeigen? Aber sicher! So! Magnifisch! Ja! Gerne! Ist es auch möglich, dass du einen Körnerblatt an hoher Geschwindigkeit verliebst? Oh Gott, das ist ein körperlicher Streit! Faszinierend! Ich bin schon ein ziemlicher Hengst, ne? Dafür, dass ich nicht weiß, was ich tue? Also, dass Edward nicht weiß, was er tut? Du hast eine perfekte Zeit, sie zu hinterlassen. Auf großem Risiko, denke ich. Betreuung den Assassinen ist nie gut für eine Hilfe. Nun, niemand trinkt Lücher, aber ich bin immer wieder auf ihre Gefahr. Und was ist dein Geschäft hier, Herr? Bist du ein Assoziator des Gäuverners? Oder eine gewisse Beziehung, wie ich selbst? Schäden, Bläden, Kanonen, Grenadiers... Alles, was einen Mann zu töten kann, ich bin froh, um es zu vergeben. Ein Waffenschmuckler. Und wie ist deine Waffe diesen Tag, Captain Rogers? Ist sie hier, in Havana? Ich glaube, sie ist gut, aber ich weiß nicht. Ich war in Madagaskar seit 14 Monaten, die Piraten zu schützen. Es dauerte ein wenig Arbeit, um die Gefahr zu schützen, aber wir haben es geschafft. Ich bin froh, dass ich die gleichen Taktik in den West Indien habe. Ich hoffe, dass Sie das auch mit den Taktik in den West Indien verhalten haben. Und wie Sie mit dem Kind verhalten haben? Sehr einfach. Viele Piraten sind als ignorant als apes. Ich nur offer sie eine Wahl, einen Geist zu retten und zurück in England, penniless, aber freie Menschen, oder sie sich mit dem Haken verhalten. Oh. Ich denke, Nassau wäre dein nächster Punkt. Sehr gut, Duncan. Best Glück mit dem Glück. Grandmaster Toretz, Herr Duncan Wolpolle, hat es geschafft. Baut sich hier eine Liste an Zielen auf? Du warst eine Woche vorhin erwartet. Entschuldigung, Herr Gouverneur. Mein Schiff wurde von Piraten aufgestellt. Wir waren verabschiedet. Ich kam nur gestern. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these Pirates the items you promised me? Yes, sir. I was. Increíble. The Assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Kommt, Damen und Herren. Wir haben viel zu diskutieren. Wer ist denn diese freundliche Person in dieser dicken Rüstung? Okay, also wir sind jetzt quasi ein Templer. Oder wir werden zumindest als Templer behandelt. Ich gehe mal davon aus, dass Edward im Wesentlichen immer noch für sich alleine kämpfen möchte. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. Aber you are Templers now. The secret and true legislatures of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the father of understanding's light. Let our work now begin. Okay. The council entrusted me with the task of locating in these West Indies. A forgotten place. Pickpocket all Templars. Sehr schön. Look up on these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For two decades now, I have endeavored to locate this observatory. A place rumor to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on earth. Whatever their location. Armillary sphere. Die reden vom Apple of Eden. With this device there would be no secrets among men. No lies. No trickery. Only justice. Pure justice. This is the observatory's promise. And we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon. For in our custody is the one man who does. A man named Roberts. Once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered. The assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow gentlemen. When you meet this age for yourselves. Until then. Let us drink. Let us find the observatory together. And with its power, the kings will fall. The clergy will cower. And the hearts and minds of the people. That's the observatory. I give him a lot of stars. Rest well Duncan. Tomorrow the treasure fleet arrives. And with it your reward. After which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks. First thing tomorrow morning. Okay. Mein Reward. Das fühlt sich gut an. Roberto Torres, request your presence at the docks near the castillo. First thing tomorrow morning. Okay. Finde ich super. Finde ich super. Finde ich super. Finde ich super. H intended to fly. Ich warte mal zu mir. Wie schnell rennt der denn? Ja in der letzten the day. Komm kurz, endlich auf. Das ist alleine, das istiecried. Finde ich genau hier. Dieser Pirate. Ähm, lauf! Warum läufst du so langsam? Und wie kann der so schnell laufen? Also ich kann nicht noch schneller sprinten. Okay. Tada! Wörter Sachen, super! Ah, keiner hat's gesehen. Keinen interessiert. Hm. Äh, wo auch immer ich jetzt hingerannt bin. Ich nehm mir mal... Okay, also ich soll als nächstes zu den Docks. Das ist einfach, das krieg ich hin. Und auf dem Weg dorthin... ...kann ich mir nochmal so einen Aussichtspunkt aneignen. Bubidupidup, mdupdup. Bubidupidup, mdup. Ah, in der Tür kommen wir sogar hoch. Äh, hier kommen wir jetzt allerdings nicht mehr hoch. Guten Tag. Äh, lassen Sie sich von mir bitte nicht... ...irritieren. Ich möchte nur an Ihrer Kirche hochklettern. Ich bin mir sicher, das passiert häufiger. Äh... Hier vielleicht? Aha! Sehr gut. Ich hab die Musik in dem Spiel total gerne. Meine Güte, ist das hier das höchste Gebäude der Stadt, oder was? Äh, ja, es macht so ein bisschen den Eindruck. So, zack. ...dung, ding, 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 ding. Bang, buddding, schnick, dub, bub, bub, bub. Fast Travel Unlocked. Havana now available. Warum? Also nicht, dass ich was dagegen habe, aber warum? Wegen der Anzahl der Viewpoints, oder habe ich den Fast Travel Punkt entdeckt? Ich weiß das nicht. Abstergo Challenge completed. Synchronize five Viewpoints. Bam! Das Spiel macht übrigens beim Rennen etwas, was die anderen Spiele, glaube ich, nicht gemacht haben. Die Kamera wackelt. Was so? Rechts, links, rechts, links, rechts. Ich glaube, das ist neu. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich hab so einen leichten Tilt von links nach rechts dabei. Das ist ganz spannend. Die Kiste, die ich hier sehe, die hätte ich gerne. Oh Gott. Ich bin nicht hier. Lauter Arrrr. Ich merke jetzt erst, dass da... Ich merke jetzt erst, dass da auch ein blauer Symbol auf der Karte waren gerade. So. Auf zum Dock. Warte, Kätzchen. Dilididididididi. Oh. Ich bin schon neugierig, was diese Rolle da ist. Aber um das rauszufinden, muss ich wahrscheinlich hier aufs Dach und mich da mit lauter Leuten auf Dächern anlegen. Da hab ich eigentlich überhaupt keine Lust zu. Da, mit ihm da zum Beispiel. Ich bin schon neugierig. ein kätzchen auf dem dach hallo könnte streicheln ja super spiel mit katzen so lauter wachen da unten das würde ich total gerne machen muss ich aber darauf warten dass die beiden wieder an einer stelle sind so was haben wir denn hier ein manuskript eins von sieben scripts das wohnig manuskript verstehe so na dann jetzt raus hier so und jetzt was ich eigentlich machen will nämlich zum dock und dort meine versprochene belohnung abholen ich bin schon gespannt was dazwischen kommt und dazwischen kommt garantiert was tschuldigung meine daten so a man the call the sage das auch ein assassiner ist dann sieht er uns wahrscheinlich und sagt dann den typen habe ich noch nie in meinem leben gesehen das wird lustig edward hallo edward i found a man to purchase my remaining sugar quite a coup i must say he just called you edward oh that's the merchant who sailed me here out of caution i gave him a false name ah well done we'll catch up on it later haha very punctual duncan this way here he is a man both templars and assassins have sought for over a decade i am told your surname is roberts is this so you recognize this i think according to old tales the blood of a sage is required to enter the observatory we have the key now we need only its location perhaps mr roberts will be good to provide it transfer him to my residence such a farce over one man is the observatory really such a grand prize yes yes indeed the observatory was a tool built by the precursor race its worth is without measure precursor race i see one of your early letters mentioned a desire to kill the mayan mentor atabai okay were you able to carry out this contract before coming here i i was not no too many complication there is no reason a pity but the maps you delivered with your blood vial will see that job finished fine that's the idea i don't like this route torres we're exposed yeah something is wrong stay close grand master i believe that you should not let them get their hands on the sage at whatever cost above they are at the top of the road why do i have no weapon in the hand? tch that's what i want where is the grand master? hold on st where am i on? counter 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 Aua Ich bin auf dem Boden. Das haben wir nicht sehr schlau gemacht. Vielleicht sollte ich doch besser aufpassen. Äh, ich hab meine Pistole im Anschlag. Überrasch, sie sind auf dem Boden. Sie sind auf dem Boden. Ich will auch gerne auf... Ich will auch auf die Dächer. Sehr gut. Los, hoch da. Hoch da. Dann schießen die doch am Stück durch. Das sagen sie doch nicht. So. Wa... Warum hab ich denn schon wieder kein... Was da will ich? Ja... Es ist doch nicht wahr. Komm. Und wie hab ich es geschafft, mich komplett umbringen zu lassen? Escape the fight to regenerate health ist keine Option. Ich hab kein Konziertes Angst habe. Ich hab einen Anstochen auf, die ich kriege mit einem Strang. Novell, die ich nie irgendwo weiter könnte. Ich bin mit Unterlistungen. Ich bin aber nicht verdammt. Die Grenzen sind fast dann. Derran ist das nicht внут gehört. Der Anrufe in einem bestimmten intensityiktší. Sie sind auf den Rooftops und ich würde da gerne was gegen tun. Okay, los hoch damit hier. Sehr gut. Das ist das, was ich möchte. Wo geht's hier? Oh! Komm runter, 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 runter. Geht doch! Geht doch! Zumindest sollten sie hinterher meine Loyalität nicht mehr in Frage stellen können. So, noch mehr Gegner. Wo seid ihr denn da? Protect the Sage! Geiler Tackle! Das war nicht schlecht! Jetzt stell dich aber auf! So! Ja, war ja nicht meid! Du bist ein nimmiger Typ. Ich gebe dir das. Ich werde dir das geben. Oh, mein Gott! Ich hab dich nicht geholfen, dass du dich von einem Schwein geschlagen hast. Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Was ist hier? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Irony Captain. Was machst du? Beweg dich doch. Warum immer diese sekundenlangen Pausen zwischen allem? Ja, ja, schneller. Oh, ist das alles ärgerlich. Ich kenne mich ja überhaupt nicht aus hier. Das macht es nicht einfacher. Ich weiß nicht, welcher Knopf der richtige ist, um ihn zu tacklen. Komm, 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 komm. Oh, ne, nicht. Warum er dafür jetzt einmal stehen geblieben ist, das hat mir schon wieder einen kleinen Schock verpasst. Quiet. Wir sehen ihn nach der Prisone, Grandmaster. Double the watch. Double the watch ist die gute Idee. Sie sind auf alle Seiten von unseren Eneminnen. Wir müssen mehr kassierig sein. Ich wünsche, ich könnte bleiben, um unser Drama zu sehen. Aber ich muss mich von diesen Winden und fliehen nach England. Bei allen Dingen, Kapitän, Speed und Fortun zu dir. Mit Glück. Ich zurückgebe mir selbst als Gouverneur. Und mit meinem Idiot-Kings-Blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole. I consider this the first payment in a long-term investment. Gracias. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. For the interrogation. Da dürfen wir bei einer Folter-Szene zuschauen. Da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Diese, diese optionalen, äh, diese optionalen Objectives, die sind aber auch nur ganz, ganz kurz mal eingeblendet, oder? Ich kriege das immer nur am Rand mit. Okay, macht aber nichts. Wir haben ja was geschafft. Und zwar haben wir dafür gesorgt, dass der Sage sicher und, naja, sicher ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber er ist zumindest hier angekommen. Das ist schön. Wir haben unsere Schuldigkeit getan und jetzt nehme ich mir noch den Viewpoint da oben. Entschuldigung. 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 Ich muss mal eben hier durch. Entschuldigung. Jetzt nehme ich mir noch den Viewpoint da oben und dann ist es, glaube ich, auch an der Zeit, diese Folge zu wählen. Wir kommen auch bestimmt hier wieder nur am Tor vernünftig hoch. Ja, das geht alles. Genau so. Hopp und hopp. Ist erstaunlich, was der Herr Kenway alles kann. Obwohl er ja nicht wirklich ein Assassine ist. Bäm. Synchronize. Herrlich. Super. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Wenn es um die ich meine, um die Befragung des Sages geht. Bis dahin. Und gleich erscheint im letzten Screen ein kleiner, runder Button in der Mitte. Wenn Sie den anklicken, dann subscriben Sie diesen Channel. Also Sie abonnieren diesen Kanal. Und darüber würde ich mich wahnsinnig freuen. Ein Thumbs up für das Video ist natürlich auch immer ganz großartig. Und ja, bis zum nächsten Mal sage ich dann tatsächlich mal wieder Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.